Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von League of Legends! Zusammen mit YEN! Oh lol! Und wir spielen... ähm... LOL! Was hattest du heute gedacht, ne? Bei dem Titel! Ja, oh mein Gott, ihr seid bestimmt alle... oh warte, hä? Soll ich mir überhaupt nen Heil tragen? Ja, doch. Ähm, ich komm mit dir auf Toh! Aber Heilungen sind 50% oder so, ne? Also wir spielen den Super 9 Ultra Rapid Fire Modus oder so, was auch immer wieder heißt! Genau! Was ist mit den Heilungen? Die sind wieviel Prozent stärker? Die sind 50% schwächer. Ach sooo, alles klar! Report! Äh, ja, Lebenskosten sind um 50% verringert. Hör mal! Näh, Kuh, krieg sie hier ab! Butz! Und man muss sie sehr aggressive spielen, auf jeden Fall. Ja, ja. Butz! Nein! Egal! Ja, ja, festhalten! Hä? Bitch! Oho, wir haben ihn fast umgebracht, voll cool! Do it, do it! Butz! Verlangsamt, Opfer! Hässlich! Verlangsamt, du Opfer! Verlangsamt, du Opfer! Verlangsamt, du Opfer! Du Opfer! Hör mal! Ja, was denn? Es funktioniert voll gut. Ja, komm ran, komm ran! Do it, do it! Komm schon, ich stirr! Just do it! Yesterday you said tomorrow! Stimmt bei meinem Gift! Hör mal! Fotze! Ich hätte gern mein W, aber das ist... Ah, man muss ja die ganze Zeit dodgen, das ist super anstrengend! Das ist echt so! Sonst hätte ich einfach mein W spammen können! Wir haben übrigens kein Mana und 80% Abklingzeitverringerung für die Leute, die nicht wissen, dass es ist. Also dieses Spielmodus. Hm, wo sind die denn alle? Das ist echt fraglich! Ich geh mal weiter in den nächsten Busch! Ha, mich sieht das sowieso keiner aus! Oh mein Gott, du Opfer! Kannst ja gar nichts da in der Mitte! Es ist zu Asthma-Reporten! Boom! Putz! Oh, warte, ich hab den Spell noch gar nicht! Shit! Ich hab den Spell noch gar nicht! Ich hab den Spell noch gar nicht! Ah! Ah! Okay! Das hab ich jetzt echt grade! Ich dachte so, ja, ich mach jetzt mein E und dann mach ich mein B und ich hatte aber nichts da! Das hab ich echt ein bisschen vergessen! Shit! Stopp! Nein! Doch! Stopp! 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 Yes! Sehr gut! Bei, du Fuzzi! Ja, da mach ich wohl mehr Schaden als du und meiner ist auch echt schneller! Leute, wie wir uns einfach die ganze Zeit gegenseitig die Scheiße an den Kopf schmeißen! So, guck mal da! Drench ich den nicht! Putz! Nein! Herzlichen Fisch! Ich kann ihn slowen! Ich kann ihn slowen! Ha! Der Schaden ist doch hier! Hör mal, ich brauch auch mal einen Astis! Was geht hier? Das schreckt ihr alle! Ich bin auch halbtot allein durch die Minions! Gut! Hässliche Scheiße! Wer pingt hier die ganze Zeit so? Wer pingt hier die ganze Zeit so? Der auf die Midlane, der Edpourger! Oh, der teleportiert sich da irgendwie so nah! Die Sonar! Ja, ist okay! Ist okay! Ja, umge! Chill mal! Wappet! Wappet! Doppeltitte! Piss off! Gott, ey! Pings kann man aber nicht muten, ne? Nee, leider nicht! Guck mal! Ich mach keine Witze! Ich bumse! PING! Huih! Okay, mein Kuh kann ich permanent irgendwie auch spammen! Ja, ich ja meins auch! Aber das Problem ist halt echt, dass ich da nicht drankomme, weil ich 0 range habe! Oh mein Gott! Ich hab so ne chill jetzt! Ha! Habe ich dir den Dicken geklaut! Huih huih huih! Die Abklingzeit macht echt Spaß! Man ist so dauernd am... Yeah! Kuh! Mehr Kuh! Ich brauch ganz viel Kuh! Aber die Ranch ist halt ein bisschen trashy! Trashy rausgepustet und so! Nein! Ja, komm runter! Komm in den Turm! Ja, du! Komm schon! Xing! Der ist geblendet! Aua! Hässlich! Wir müssen echt einen Stun haben! Das ist super kacke, dass wir den nicht haben! Oh! Geh doch her! Nein, Mutti! Ja, jetzt hab ich endlich den Weh! Jetzt kann ich mal wegrennen hier überhaupt! Schnell! Schnell! Ich fick deine Mutter ohne Schwanz! Ohne Schwanz! Genau! Genau das sagt Timo immer! Kennt ihr das nicht? Putz! Ha! 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 Wie's glaube ich nochmal? Ich geh dann mal, ne? Tschüss! Ich hab einfach schon wieder teleport! Das ist voll witzig! I love it! Ja! Das ist richtig! Äh, das ist richtig! 60 Sekunden, äh... Flinkzeit! Oder cool down! Was geht unten bei Ezreal? Der macht das, was kaum geht! Tschink! Hässlich, Bitch! Nein, da bist du wohl ihr Sturm! Du Opfer! Der Flash war leicht unnötig, aber hell! Soll ich den Verderben dann... Verderben das kann? Putz! 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 Der hat geflasht! Der hat auch geflasht! Hehe! Ich komme! Oh! Oh nein! I gank! Ich werd die Gegend auch spielen! Komm schon, du! Komm schon, du! Vergift ihn! Do it! Nimm deinen Weh! Do it! Die sind noch nicht gestorben! Do it! Do it! Do it! Schnee! Hässlich! Nein, tschüss! Sind die eigentlich AD oder AP? Ich glaub, Nuno ist AP, soweit ich weiß. Ich glaub schon, ja. Also der hat ein bisschen mehr... Ich hab erst in 25 Sekunden mein Ding wieder zurück. Das ist ja super. Das ist der Lee Sin! Hi! Ist schon wieder da, was? Ach, die haben dann Ward! Geil! Ja, Achtung! Den, den kommt auch! Pass auf! Nein, geh zurück! Just do it! Oh, bella! Ich bin gleich da! Ich kann halt echt nicht schneller laufen! Tut mir leid! Ha! Ha! Komm schon, beim Schling! Schling! Hopfer! Oh, lol! Einfach so halbtot instant! Nee, kannst erst mal stecken gehen! Achtung, Nuno fliegt dich beim nächsten Schlag! Du musst jetzt echt gehen! Schau! Ich hab mich vor dich geworfen! Ganz heldenhaft! Oh Gott, der kommt aber, glaub ich! Äh, Hilfe! Ja, du solltest echt ein bisschen aufpassen hier! Nein! Ha! Ha! Ne! Ne! Oh, fuck! Ah! Mein Flash! Der war echt super sexy! Hm! Ich hab' ich noch gehofft! Ach du, Nuno von oben wird dich umbringen! Wo ist der hin? Ah, da! Da! Schling, nein! Oh Mann! Diese Fotze! Geh' doch einfach sterben! Ich kann dich auch slowen! Alter, Nuno OP! Was geht? Alles klar! Geil! Tschüss! Hahaha! Das war aber gerade witzig! Auch wenn er mich umgebracht hat! Aber das war witzig! Oh, Alter! Nuno! Was geht? Hab' ich echt nicht mit gerechnet! Ja! Do it! Do it! Wieso hab' ich zwei Kills? Weil ich mich gerade! Weil du die zweimal umgebracht hast! So, ich glaub' der ist AD und der ist AP! Das heißt, ich brauch' irgendwie so'n Mix aus Rüstung! Hallo! Heli's 10! Heli's 10! Ah, ich müsste mal den Turm ja auch voll verbanden! Kannst du mal das Ding kaputt machen? Den, den... Ja, stimmt! Danke! Dann kann ich mich nämlich auch hier teleportieren! Dann sehen die das nämlich nicht! Jing! Hey! Ich bin hier im Hotel! Nein! Oh Gott! Hör mal! What the fuck! Der ist super OP! Nein! Ja, don't care! Oh Gott! Hilfe! Bist du endlich mal Level 6 eigentlich? Das dauert mir echt... Oh Gott! Hilfe! Tschüss! 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 Oh Gott! Oh Gott! Ich bin gleich Level 6! Aber jetzt... Ach komm schon! Stimmt doch! What the fuck! Endlich! Da! 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 Sona! Schnell! Do it! Ha! Komm mal jetzt in die Welt! Ja! Sona ist doch da! Die hilft dir gleich! Da! Schnell! Du es! Fuck! Nein! Geil! Yes! Ich bin immer noch nicht Level 6, ey! Es dauert so 3 Jahre! Alle sind schon Level 8 und ich bin irgendwie dauernd nicht da! Oh Mann! Aber ich kann nur 20 Pilze auf der Map verteilen! Also... Ich kann nicht die so krass spammen! Mhm! Aber ich kann sie trotzdem schon spammen! Oh, die Salissien ist super nervig, ey! Ohne das! Ist so! Der ist schon 6 Kills! Letztlich! What?! 6 Kills?! Ja! Heftig! Ich hab einfach... noch gar keinen! Aha! Da ist endlich jetzt reinglaufen! Opfer! Pilze! Pilze! Eko! Hachif! Hajo! Höh! Ja komm doch her! Ja! Pilz! Pilz! Geil! Just do it! Hallo! Da hat er wohl weggeflischt! Höhöhöhöhöhöh! Äh! Nein! Komm schon schnell bei einem Gig? Tücher! Yes! Komm! Das war gut! Oh, ich hab Ulti! Endlich, ey! Es hat auch nur so drei Jahre gedauert! Ich platz die mal auf... Na, mehr Pilze! Ja, mehr Pilze! Wir brauchen wirklich mehr Pilze hier! Ja! So, gleich kann ich wieder den Nixen-Pit setzen! Oh, da sind sie schon wieder! Das ist ja echt super disgusting! Ich mach immer ne Wall, glaub ich mal! Jing, Wall, von Pilzen! Okay, dann warten wir! Nein! Hilfe! Die dürfen da nicht drankommen! Naja! Äh, der kann ja... Der Swain kann ja eh mal seine Ulti machen, oder? Weil die ja eigentlich Mana über Zeit zieht! Alter, was geht da aufs Mitte? Die werden echt super umgebracht, die ganze Zeit! Und ich glaub, das hätten sie schon umgebracht oder so! Was? Die hätten sie, glaub ich, doch dann umgebracht, oder nicht? Das wäre schon ein bisschen krass unfair! Hilfe, es sagt grad übelst Gelenk! Ah, da ist jemand! Achtung! Ja, da ist nur... Warte mal! Nein, das wirst du nicht tun! Ich bin extra über meine Scheiße! Oh! Oh! Gerettet! So! Ah! Lauf, lauf! Das ist alles wie eine Scheiße! Das ist die von uns! Die ist gut! Ja, ich dachte... Nein! Tschüss! Ja! Stirb doch! Yes! Bye! Ich bin voll am abgeben! Konzentriert euch! Bar alakbar! Und so! Nein! Putz! Tschüss! Nein! Jetzt hab ich endlich... Sobald ich meine Ulti hab, kann ich auch mal was machen! Davor bin ich halt echt ein bisschen nutzlos! Oh, ich hab voll viel Cash und Swag! Oh man, ich muss mich echt dran gewöhnen, dass man immer so alles toggeln muss die ganze Zeit! Du musst ja die ganze Zeit W drücken! Ich muss die ganze Zeit meinen Q benutzen und so! Oh nein! Ich geh jetzt wieder! Tschüss! Hi! Putz! Ich geh jetzt da! Was ist mein W nochmal? Ah! Das ist die zusätzlichen Schadenversorgung! Das heißt, ich sollte eigentlich mein W so dauerpressed haben! I see! Putz! Wir sollten echt mal irgendwie zur Mitte gehen! Da geht immer viel mehr die Post ab als hier! Ja, schon! Ruffing my ass bitch! Putz! Zack! Bam! Oh ja, sicher! What the fuck! Nee, ich geh dann mal Tschüss! Ich auch! Oh ja, ich bin echt zu low! Nee, ich muss mal gehen! Bye! Geil! Ich hab eh Cash und Freak! Ich hab eh Cash und Freak! Ich hab eh Cash und Freak! Guck! Guck dir das mal an! Aber der... Oh, geil! Da geht natürlich nichts rein! Geil! Dann landet er weg! Ah! Aber der ist reingelaufen! Ching! Nein! Ich helf dir! Ich helf dir! Nee! Ich bin da, um dir zu helfen! Das ist voll ausgeglichen! Was geht? Schon! Da ist der Nunu drin! Hey Nunu! Wurz! I don't care about you! But I'm feeling 22! Schon! Sag mal, das macht echt gar nicht so olle wenig Schaden! Pass auf! Oh mein Gott! Hä? Der läuft jetzt nicht richtig rein! Aber heute konnte ich die Insta wieder heilen! Seine Range ist einfach genauso groß wie meine! Das ist super nervig! So! Hier! Zack! Bam! Nein! Wieso? Wie oft hat der jetzt diese Scheiße? Das ist ja super nervig! Das ist echt disgusting! Und so! Da muss ich jetzt erstmal was trinken! Schon! So! Das war echt richtig! Oh, der Essen hat ihn knapp verpasst! Hat echt super viel gebracht, ey! Wenn ich das jetzt verkaufe... Ich komme! Hör mal! Jetzt hat er den getötet! Hör mal! Hä? Ist halt die Pforze! Pforze vor allem! So, ich komme jetzt mal auf Mitte! Ich habe echt mal Bock auf Action! Mach hier! Schwing! Schwing! Die ganzen neuen Icons sind alle echt ganz fetzig! Schwing! 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 Bye! Nein! Bye! Bye! Nein! Schwing! Ich habe den mit meinem Co getroffen, aber das Co hat ihn nicht getroffen! Das war super! Yes! Bye! Tschüss! So! Aber hey! Wir pushen ganz gut! Oh! Ja! Team mit denen! Entschüss! Boah! Alter! Die Sona! Was geht? Nein! Achtung! Lauf weg! Sona! Just do it! Yesterday you said tomorrow! Oh mein Gott! Oh nein! Ah! What's! Oh Gott! Ja! Do it! Do it! Yes! Do it! Yes! Nein! Äh! Äh! Bye! Haha! Oh nein! Lee Sin ist hier! Nein! Lee Sin ist hier! Nee! Oh Gott! Der ist mir echt zu stark! Bye! Ich lauf dann mal! Tschüss! Ich brauche echt mal Hilfe! Ich komm dir mal bitte entgegen! Please! Just do it! Äh! Tschüss! Oh nein! Oh! Oh nein! Oh Gott! Modi! Haha! Ah! Asyl wird sterben! Tschüss! Haha! Alter! Was geht? Zu fetzig! Ah! Hetzig! Das ist ein Lauer! Wie ist Sinn? Töte den nochmal! Danke! Töte den nochmal! Danke! Ich bin wieder da! Jetzt weiter Pizza verteilen! Pizza, Pizza, Pizza! Ganz viel Pizza! Ganz viel Pizza! Pizza! Ja, ganz viel rum... Hm! Find ich gut! Viech! Genau! Viech! Va! Elagva! Las Rianunda! Und so! Weiß bescheid! Ja, man girl! Du musst echt mal ein bisschen! Las Rianundi! Oh mein Gott! Die kann ja gar nichts! Tschüss! das küche zu sein ist schon irgendwie scheiße ja das interessiert ihn auch irgendwie nicht dass sie das gerade machen hier alle ich brauche irgendwas was mir mehr ap was mir magie resistenz das klingt doch gut hey wie der immer sich beschweren ich ihn umbringe der immer so umgott ist so drei hat mich immer so meine ich hab ja umgebracht so so mit kauf ich mir ein schönes tod ist aber schon echt irgendwie lang zu preis mein gott ist echt schon inzwischen nicht mehr so wenn i look outside my window i can get no peace mein gott das kiten von ihr ist real ja sicher plötzlich überall hin ein bisschen sich zu heißen wir müssen mitte wir müssen mitte schnee komite oh lol okay ich bin ein bisschen zu doof gelaufen und da zack die wohne bämm ach du nicht da reinoffen das ist so gestundet ha ha ja hat das du es habe ich echt kein problem tschüss oh lol hinter uns oder für noch jemand ja du es durch gut nice hinter uns ist der lissin 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 tschüss ulti beste einfach immer auf leute rennen band tot band tot band tot war er lag war und so ich hab zwei ich hab jetzt nen angriffstepp und zwei 3,9 ich hab in 6 sekunden wieder ulti ich mach zwei angriffe in der minute sweet fetzig so ok dann machen wir mal den ah hilfreich ich will den festgehalten ein paar pilze oh mein gott ah hässliche fotze lass mich bisschen knapp hier gerade bei werte ich will exakt oh ich wollte es terminiert das heißt ich hab davor so ganz schön gerult oh lol die sona die sona alter die hat schon schon skills so jetzt muss ich mal irgendwie stirbisch hör mal abgestaubt jetzt fuck ah das ist noch jemand abgestaubter arschfick aber die können echt nicht pushen wir pushen viel besser als die das ist richtig nice trotz ich kann 24 ich kann einfach 24 meinen weh machen ja so muss es ja auch sein einfach immer rennen das tut oh lol hohoho mach ein Pils drauf guck mal da so wo teleportier ich mich denn jetzt hin ah ich teleportier mich runter hey das glaub ich geh mal kurz zurück und hol mir noch mal hallo i'm here do my name wo ich echt zu wenig fähigkeitsstärke hab hör mal kannst du anfangen mich umzubringen bitte der turm killt mich ich aua ähm ich hab's nicht mal hin hübschen hauptsache die kommt zum Garns am ende und Pupp ist einmal drauf ne bei oh lol echt voll nicht getroffen die frau hm ja wir werden gewinnen i love it schon auch wenn wess ich die Warns im Kissen angeschwischt ha oh lol danke dass du mich aus dem Turm rausschmeißt das find ich echt super nett von dir ja so jing 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 stirb guck mal ich find auch der support her der support kommen die 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 das war witzig also ich hoffe die Folge hat euch gefallen mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht wir sehen uns beim nächsten Mal wieder schaut doch bei Jan vorbei und bis dahin tschüss tschüss